Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich hier an dieser Stelle einen Spot gezeigt, den man hervorragend mit der Stippe bearbeiten kann. Aber ihr seht, auch auf Grund geht es hier richtig ab. Eine der wohl wichtigsten und lukrativsten Stellen am Windenbach ist diese hier, die tatsächlich im nicht fließenden Gewässerbereich liegt, wo quasi der Windenbach so eine kleine Kurve macht und man landet dann in so einem Seitenarm. Und zack, solche Brocken gehen hier rein. Schöne feiste Giebel, Karauschen gehen hier rein und auf die haben wir es abgesehen. Die wollen wir haben. Und ich stehe jetzt hier gerade mit idealen Ködern, beziehungsweise mit Ködern, die man idealerweise in der Zeit, in der man hier aktiv ist, auch noch nebenbei pusht und skillt. Da gehen wir jetzt gleich im Detail noch drauf ein, was da sinnvoll ist, was man hier die ganze Zeit macht neben dem Angeln. Denn man muss ja überlegen, das hier ist ja ein Low-Level-Gewässer und wir wollen ja so langsam dann auch, wenn man hier am Windenbach ist, wir wollen ja dann so langsam auch mal in die Zukunft gucken. Das heißt, man will ja irgendwann mal auch an die alte Festung und da erfolgreich rausziehen und so weiter und so weiter. Und das hatte ich ja auch schon in verschiedenen anderen Videos gesagt. Ab der alten Festung braucht man ein bisschen mehr Skill und zwar nicht nur Angelskill, sondern auch Futterherstellung, Köderherstellungsskill und das macht dann eben Sinn, wenn man sowas an einem Gewässer testet, ausprobiert und ja, hochskillt, wo man eben kontinuierlich gut fängt, ohne dass man eben schon richtig gute Skills hat. Also in der Futter-Mische und in der Köderherstellung. Also ich werfe nochmal hier aus, zap, 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 zap. Ja, zuletzt hatte ich das ja den Spot oder hier die Area gezeigt, vielleicht an der Stelle in den Videos oder in der Videoserie Topspots am Windenbach. Das war dann hier die Stelle, die man eben auch immer noch hervorragend hier beziehungsweise da hinten in der Kurve, dass man da zum Beispiel sehr gut auch auf Laube gehen kann. Laube, Froschangeln, das kann man hier richtig gut machen. Und wenn man dann hier in der Mitte ist, dann kann man eben hier und ich zeige das mal eben auf der Map, hier oben an diesem kleinen Schniepi, dann kann man eben hier in dem Bereich, in dem 2-Meter-Loch hervorragend auf Giebel und Karauschen gehen. Aufpassen, es ist durchaus möglich, dass hier auch mal ein riesengroßer Karpfen reingeht, also im Verhältnis zum Setup riesengroßer Karpfen. Ich bin jetzt hier gerade sehr fein unterwegs, habe hier gerade nur 4,4 Kilo Tragfähigkeit. Das heißt also, wenn man hier mit dem Starter-Set anfängt, sich hinzustellen, ist das eine ganz gute Idee. Und wenn ihr das jetzt seht, es haut ja Fisch zum Beispiel nach rechts ab. Immer ganz wichtig, Spannung halten, selber nach rechts gehen und den Fisch da hinten hin in die Ecke steuern. Also rechts rüberziehen, damit er nach links abhaut. Das ist immer das A und O. Also sollte euch mal ein dicker fetter Karpfen hier reingehen, am besten wie gesagt vorlaufen bis hier vorne hin, dass er dann nach da hinten hin abhaut der Fisch und nicht hier raus rennt. Wenn der Karpfen hier durchschwimmt, dann wird es eng, denn ihr kommt halt hier nicht weiter und er kann halt mit der Strömung mitschwimmen und gerade mit einem leichten Setup hat man es da übelst schwierig, den dann überhaupt noch müde zu drillen bzw. dann wieder reinzuholen. Also das ist der einzige kleine Knackpunkt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier große Karpfen draufgehen, ist recht gering. Sie besteht, aber wie gesagt ist recht gering. Ja, schöne große Giebel, die wollen wir. Ich habe hier angefüttert auch schon. Giebel und Karauschen, Futtermische kann man relativ früh herstellen. Also die habe ich schon angefüttert, rausgeschmissen, 10, 15 Bällchen. Gar kein Problem, da kann man auch ein bisschen mehr rauswerfen. Zack und ich werfe mal direkt wieder aus. Und wie ihr seht, ich habe auch unterschiedliche Köder in der Verwendung. Gucken wir mal kurz rein hier in die verschiedenen Sets. So habe ich die aufgebaut, also das ist klassisch auf Fieder ausgelegt. Ich habe jetzt hier die Inline-Montage, man kann aber auch gerne sowas wie die Schlaufen-Montage nehmen oder die klassische Fieder-Montage, also die klassischen Grundmontagen. Hauptsache ist, man nimmt hier einen Fieder-Korb mit der Futtermische. Da kommt dann gleich wieder die Giebel- und Karauschen-Mische rein. Nicht zu viel, also nicht hier, sagen wir mal eine halbe Stunde kontinuierlich Futter-Mische rein, rein, rein. Das macht das Ganze dann irgendwann zu sämig in der ganzen Suppe. Das wollen wir nicht. Das heißt, wenn da zu viel Futtermische drin ist, fressen die Fische irgendwann auch nicht mehr. Das wird dann zu viel einfach. Also so 10, 20 maximal an Futterbällchen da reinballern, dann soll das auch genug sein. Giebel und Karauschen fressen recht viel. Wenn ihr Vorfach herstellen könnt, ist es gut. Wenn noch nicht, gar nicht so schlimm. Auch mit einer ganz normalen kleinen, dünnen Mono-Schnur, dann reicht das auch. Wenn man jetzt hier überlegt, das wäre jetzt nur meine Hauptschnur mit 4-Kilo-Tragfähigkeit, kommt man hier richtig gut klar. Hakengröße habe ich gerade ein bisschen getestet. Das sieht man, glaube ich, ganz gut auch hier im Kescher. Ich habe hier angefangen mit 4er-Haken. Habe dann auch mal eine Route auf 6er-Haken umgeändert. Und ihr seht, es gehen sofort auch kleinere Brocken hier rein. Wollen wir nicht. Wir wollen natürlich die schönen 500 Gramm Plus am besten. Und dementsprechend habe ich jetzt hier 4er-Haken verwendet. Man kann bestimmt auch noch größer dran gehen, aber dann geht es auch langsam richtig in... Ja, ich sage mal, dann geht die Frequenz halt auch deutlich runter. Das nimmt dann deutlich ab. Wollen wir nicht. Ich werfe gerade hier 15 Meter weit aus. Bam! 15 Meter. Und zwar hier in den Schatten von dem großen Baum. Und dann hier ziemlich genauso in die Mitte. Da werfe ich immer hin. Oder ich lade jetzt hier bei dem Setup ungefähr halb aus. Ich habe jetzt zwar einen Clip drin, aber das sind, sagen wir mal, 14, 15 Meter. So richtig in den Clip gehe ich gar nicht. Das reicht. Und hier hatte ich, glaube ich, auch noch... Genau, hier ist wieder der 6er-Haken. Und ihr habt gesehen, schon wieder hier so ein kleiner... Ich ändere das auch noch mal wieder. Ich könnte ja mal einen noch größeren testen. 4er-Haken. Hatte ich jetzt die ganze Zeit dran. Ich teste mal einen 1er-Haken. 1er-Haken. 1er-Haken-Griesbrei. 1er-Haken-Griesbrei-Sonnenblumenöl. Und dann gehen wir natürlich hier in die Angelfutter-Zubereitung und gucken, wir können Gries, Zwieback, das ist dieses Biskuit, Hirse, Sonnenblumenöl, können wir also von Anfang an herstellen. Wenn ihr euch unsicher seid, ab wann kann ich das herstellen, kurz hier reingucken, welche Komponenten hat man schon geskillt. Heißt also, das ist hier ideal, um schon mal Futtermische herzustellen. Wichtig auch hier, ballert euch ab einem gewissen Level, sagen wir mal, ihr geht so langsam in Richtung Level 12, ballert euch hier 5 Punkte in Angelfutter-Mische rein. Das ist recht wichtig. Man kann natürlich auch qualitativ schlechtere Futtermische herstellen, aber die lockt halt nicht so gut und dementsprechend verballert man eigentlich viel mehr Futter und hat weniger Effekt. Das heißt also, man kann da schon gut reingehen. Es gibt verschiedene Tutorials, wo ich das auch alles erkläre. Man hat eigentlich auch genug Skill-Punkte übrig, gerade wenn man im Grund unterwegs ist, kann man relativ früh auch da die Punkte rein investieren. Man ballert ja beim Grundangeln in die Stationärrolle Punkte rein, dann hat man ja lange Zeit nichts, wo man Punkte investiert. Haar-Montage kann man auch später machen, das muss man auch nicht am Anfang machen, dann skillt man weiter. Inline-Montage würde ich mittlerweile auch nicht mehr machen, das hatte ich ja vor Jahren mal getestet, einfach nur. Mittlerweile bin ich ganz zufrieden damit, aber normalerweise würde ich auf die Schlaufen-Montage gehen. Das heißt, wenn ihr im Grundangeln startet, habt ihr ewig Zeit und müsst nirgendwo Skill-Punkte verteilen. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ab den Karpfen-Routen kann man Skill-Punkte verteilen, aber auch das hat natürlich noch Zeit. Primär würde ich dann irgendwann in die Pop-Up-Rigs-Punkte investieren und in die Schlaufen-Montage. Und dann im Nachhinein, dann hat man noch Zeit, um was hier zu verteilen. Das heißt, ihr habt ganz viele Level-Zeit, um eben auch hier die Angelfutter-Zubereitung, gutes Futter herzustellen, um da bessere Futter-Mischen quasi auswerfen zu können und eine höhere Lock-Wirkung zu haben. Also ganz wichtig, Skillen und dann Skillen erstmal hier bis zum Level 3. Dann haben wir hier dann auch wieder die Haferflocken mit dabei als Komponente und so weiter. Anisöl, das ist wichtig. Aroma Knoblauch, auch das ist natürlich praktisch, denn dann ab Level 3 geht es an die alte Festung und ab Level 3 in Angelfutter-Zubereitung. Und da müssen wir natürlich auch nochmal gucken in der Köder-Beschaffung, denn auch hier wollen wir Skillen und die ganzen Köder verwenden. Ich verwende jetzt hier gerade Brotmasse, dann können wir hier am Windenbach uns auch die Kartoffeln holen und zubereiten. Dann haben wir ja auch Kartoffelwürfel, heben wir uns auch für später. Perlengraubenbrei, sehr gut, kann man immer verwenden, auch fürs Brassenangeln zum Beispiel. Haferbrei, richtig gut für Karauschen. Süßteig, ein super Köder, auch zum Beispiel für Güster. Weizenkörner kann man auch machen, wobei die sind relativ teuer, die würde ich vielleicht übergehen beim Skillen. Grießbrei verwende ich jetzt auch gerade hier an der Stelle, auch ein Top-Köder. Und wenn wir dann Knoblauchteig frei haben, dann haben wir es geschafft, dann geht es erst an die alte Festung auf Brasse. Und so lange würde ich gar nicht erst zur alten Festung gehen, denn da sind die dicken fetten Brocken drin, die euch zum einen natürlich leer ziehen können, euer Setup kaputt machen können. Und zum anderen habt ihr einfach in Gänze aber eine viel zu schlechte Frequenz und macht im Verhältnis dazu deutlich weniger Kohle. Und wenn man sich anschaut, wie simpel hier an der Stelle die Brocken halt reingehen, ist das halt richtig, richtig wild. Oh, ich habe ein bisschen falsch geworfen, wir müssen ja hier in den Baum werfen, denn da ist ja die Futter-Mische drin. Und ich glaube, ich kann auch schon wieder nachfüttern. Heißt also Karausche. Zack, hier haben wir sie. Und wenn wir uns unsicher sind, wie lange das denn wirkt, gehen wir mal hier ins Detail, in die Infos, sehen wir hier, wirkt Dauer 17 Stunden. 17 Stunden, 17 Stunden Haltbarkeit von der Futter-Mische, wirkt Dauer. Hoppala, jetzt habe ich die gerade so genommen. Man kann die natürlich auch so auswerfen. Zack. Oder man wirft die einfach so natürlich mit dem Fiederkorb aus. So, raus damit. Und da haben wir jetzt einen schönen größeren Brocken dran. Ich hatte hier den Einserhaken verwendet. Sehr schön. Jawohl, sowas wollen wir doch. Einserhaken. Und schon haben wir hier einen großen Brocken. Ha, sehr gut. Bäm, 1,3 Kilo. Der hatte schon richtig Bock. Nice. So, und wieder raus damit. Also, ihr seht, Viererhaken, Einserhaken, durchaus möglich, dass man damit dann hier auch auf Giebel und Karauschen geht. Wenn man eine höhere Frequenz haben will, gar nicht schlimm. Man kann natürlich auch dann ein, zwei Routen oder eine Route extra ein bisschen kleiner haben. Guck mal, ihr seht hier auf dem, auf dem, ähm, auf dem Perlengraube ballert mir hier ständig, ständig die olle kleine Brasse rein. Will ich nicht mehr. Heißt also, ändern wir. Gucken wir gerade nochmal eben. Die ollen Brassen wollen wir nicht. Gerade diese unmaßigen kleinen. Hier ist Haferbrei drauf. Hier ist Grießbrei drauf. Dann nehme ich jetzt hier einfach den billigsten Köder. Den, äh, Weißbrotköder. Zack. Weißbrot raus. So. Und gib ihm. Diese ollen Brassen, Alter. So. Und ab geht es. Und das Geile ist einfach hier an dem Spot, es hat Frequenz. Es macht Bock. Du kannst hier ein Fisch nach dem anderen rausziehen. Du stehst nicht. Was war das? Interner Fehler aufgetreten. Das ist neu. Nicht schlecht. Ähm. Du stehst hier nicht rum und denkst dir, boah, was soll ich bloß machen. Ich habe keinen Köder. Ich brauche einen Mistwurm am Windenbach. Der ist ausverkauft. Und so weiter. Nee. Einfach hier mit den ollen Teigen. Sinnvoll. Weitermachen. Skillen. Skillen. Vor allem mit dem Gesamtaccount geht es vorwärts, denn man macht Kohle, man zieht ordentlich Fische raus. Ja, und wie gesagt, Skillen kann man auch noch nebenbei. Ja, ich ziehe jetzt hier weiter raus. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr, Petri. Bis zum nächsten Mal.